in der nächsten in der nächsten kurve macht er sein auto sowieso kaputt toll jetzt habe ich glaube ich viermal gehubt weil ich das erste mal hupten nicht gehört habe jetzt ist er vorne haben sie irgendwie nitrobust einspritzung oder so wo ist der knopp dafür einfach kurz weier machen kurzer abstecher da war blitzeis mussten wir kurz ausweichen eigentlich ist es blöd dass du jetzt bei mir mit drin sitzt ja irgendwie muss er mit weiter keine sorge guck mal ich kann das so machen dann kriegt ja das ist mann mann überall blitzeis ich sag's dir überall blitzeis ja du mal geht er schon über alle berge den holen wir wieder ein scheiße ich habe abgebrochen hol dir bitte ein heli ja dort geht gerade nicht mangelst heli tank